hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen info zu einer kleinen info und zwar seht ihr jetzt gleich ein stream ausschnitt von einem stream und für das projekt für das pokémon projekt habe ich mir ein paar regeln aufgestellt jedes pokémon mindestens einmal fangen besitzen jedes pokémon bekommt einen charakter namen aus einem anime dem geschlecht entsprechend jedes pokémon mit standard namen darf nicht an den kämpfen teilnehmen namen dürfen nur innerhalb einer stadt angepasst werden ich darf nur einmal posten 50 bis 100 prozent des teams austauschen kleine änderungen wie ein einzelnes oder zwei pokémon tauschen ist okay das leveln der pokémon ist meine sache kann aber vom chat beeinflusst werden konstruktive kritik ist erwünscht inwiefern die regeln zu bleiben oder angepasst werden wird in den entsprechenden streams erwähnt dazu jetzt noch eine kleine sache die streams kommen immer unterschiedlich jetzt die letzten tage habe ich dreimal in folge gestreamt ich denke es wird auch tage geben wo ich nicht stream aber es macht mir mit den regeln sehr viel spaß und ich habe auch ein paar sachen ausgetestet solltet ihr zusatz sachen sehen wollen dann solltet ihr die streams nicht verpassen weil die gewisse sachen die nix mit dem pokémon stream an sich zu tun haben schneide ich dann einfach aus dann würde ich sagen ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit wünsche euch viel spaß beim video schauen und bis gleich oder beim nächsten stream oder bei einem anderen projekt haste la vista bis zum so Und wo ist dich da auch erstmal rein? Hallo. Hallo. Danke. Und ein Du-List. Ja. 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 Jo. Freut mich. Matrose. Ach. Ich bin ja schon vorbereitet. Herr Dari ist im Dienst. Geh nach Haus. Geh nach Haus. Geh nach Haus. Ach ja. Gute alte Zeit. 해�jalung. Na. Ja. Und. Oh Tschüss Oh doch verloren So da ist ein Stern Du und Go Aua oder so Das hat die Sterne bestimmt anders vorgestellt Den Toxta bestimmt auch Der M44 Okay Ich guck gleich nach Erst den Angler Und dann den Seemann Und dann sensor auch mal Und nochmal. Spiel den selben Song nochmal, den selben Song, kein Problem und los geht's. Albrecht, Mann, mach das doch nicht. Mach, Rollo. Tschüss. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Hallo, einmal kurz Heilung bitte, danke, tschüss. Weißt du schon? Na ja. Hier war ich aber noch nicht. Hallo, möchtest du kämpfen? Hallo, ihr möchtet aber kämpfen und zwar fange ich mit dir an. Hier war ich los. Hier war ich los. Hier ist der Kumpel, cockst du. Die Kumpel, was ihr verletzt? Oder ist die Kumpel? Was ist die Kumpel? Was ist die Kumpel? Hier war ich los. Aua, lauf das. Verdient. Danke für dein Geld. Hallo. Donn dir, sehn so. Tschüss. Achso, die will gar nichts kämpfen. Achja, ich wollte ja noch nach der TM gucken. Ich erinnere mich. Sie haben nur 3 Abfahrquelle, jo. TM 31 war es jetzt glaube ich gerade. Rüstbruch und Erholung. Alles klar. Hallo, du wollen kämpfen? Nö. Hallo, du wollen kämpfen? Superball. Hallo, du möchten kämpfen? Nein. Hallo, möchtest du kämpfen? Chef de cuisine. Muschel reinkommen. Möchtest du kämpfen? Möchtest du kämpfen? Schnief, schnief. Aha. Maronbeere? Ja. Maronbeere? Amrina Beere gefunden. Dann tauschen mit dem anderen, der muss nur Zwiebeln fehlen. Du möchtest auch nicht kämpfen, ne? Okay. Der Typ möchte im Relax so sehen. Ich denke, heute kriegen wir noch das Schiff fertig. Morgen ist ja eher so ein Test, oder? Ja, ja, schon doch. Da schaue ich mir ja Black Flag an. Ab 17 Uhr. Jo. Hallo. Danke. Ja, ja. Machos. Und in der anderen Seite. Du hast ihn mit dem anderen Seite mit der ganzen Kinder gemacht. Süß. Wirklichkeit. Im Wiedersehen? Da. Ich habe die Nacht. Sternstaub Hallo starke oder seltene kommt drauf an eigentlich lieber starke und auch nicht unbedingt immer trunkenflug gegen feuerzahn sieht sinnvoll aus wie viele ap nichts ändern außer und genauigkeiten ja okay Okay, here we go. Hallo, Bonita. Aber... Na, 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 na. Jetzt machen wir nicht so Heckmeck hier. Aua. Aua, Mann. Jetzt lass den Scheiß. Hallo? Danke. Aua, Mann. So are we? Aua, Mann. Das war wem. So im Karin wie wir sie noch auf jumps. Ähm, ja. Ähm, ja. Ne, ne. Gehen wir erstmal unser Blutelz zu heilen, unseren Natsu. Ähm, warte, hier war ich drin, ne? Ich glaube, eine weiter. Hier war ich drin, dann bin ich jetzt hier dran. Okay, hier we go. Ich finde den Namen immer noch passend. Tschüss. Oha. Na. Jetzt mach mal nicht so Faxen hier. Ich mach dich fertig, ob du willst und nicht. Hm. Reflektor könnte schon... Wobei Reflektor macht doch glaube ich nur... Ach, physischen. Ja. Hallo Kadabra. Jetzt lass den Scheiß, Mann. Dafür hab ich keine Zeit. Hab doch gesagt, lass den Scheiß, Mann. Kagari, so toll ist der gar nicht. Kagari. Okay, nimm du, nimm du dir erstmal eine Auszeit. Jetzt lass aber mal gut sein, Alter. Ja. Es war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Egal. Jo, ruck, zuck, hiep. Jo, ruck, zuck, weißt du, zu tun, ist es... Ich bin sicher ein bisschen schlussend. Natürlich trainier ich meinen Pokémon... Spacken Alter, Lauf. Jo, dankeschön. So, mit dem Boot sind wir jetzt fertig. Tschüss, arrivederci, bye bye, adios. So, jetzt gucken wir einmal zwei oder jetzt gucken wir mal ein paar Sachen kurz nach. Einmal dich, gute Acht. Oh, okay. Ähm, und jetzt wollte ich nur noch kurz gucken, dafür brauche ich mein Handy. Ging das hier schon? Ähm. Okay, auf Island 4 geht das mit dem Züchten. Ähm. Das vergesse ich immer, welches Island das ist. Okay. Aber ich würde sagen, wir haben geschafft, was ich schaffen wollte. Wir haben, ähm, das Boot geschafft. Wir können quasi weiter in die nächste Stadt. Wir haben einen Verschneider besorgt. In der nächsten Folge, oder im nächsten Stream Level waren noch ein paar Pokémon. Ähm. Kümmern uns dann um die Arena. Und, äh, ja. Wie viele Pokémon haben wir mittlerweile gefangen? Ich glaube, ich habe diese Folge 4 gefangen. Das heißt, wir müssten eigentlich 29 haben. Okay. Alles klar. Wir sehen 56 Stück. Ja, einige in den Kämpfen. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle. Vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat. Lasst es mich gerne wissen. Wir sehen uns beim nächsten Stream. Ach. Ich habe einen Mückenstich an der Nase. Und das tut... Das ist so unfassbar am Jucken. Das ist echt brutal. Ach. Mann. Na, connectest du? Oder muss ich jetzt wieder... Fuck. Na, komm. Hallo? Was soll denn das? Alles klar. Bedankt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.